Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum FAZ Einspruch Podcast. Und zwar tatsächlich zu der allerersten Folge überhaupt, weshalb wir uns dachten, bevor wir gleich in die Themen einsteigen, wäre es vielleicht ganz angebracht, wenn wir erst mal erzählen, wer wir eigentlich sind, was das Konzept dieser Sendung sein soll und ja, wo ihr hier überhaupt eingeschaltet habt. In diesem Sinne, Corinna, wer sind wir denn? Also mein Name ist Corinna Budras, ich habe Jura in Berlin studiert und bin seit zwölf Jahren bei der FAZ und seit vier Jahren bei der FAS immer mit rechtlichen Themen betraut und deswegen auch mit einer gewissen Leidenschaft dafür. Und ich bin Konstantin van Leinden, Redakteur im Politikteil der FAZ und ebenfalls desertierter Jurist, genauso wie die Corinna und hier in erster Linie für Einspruch zuständig. Und falls ihr euch jetzt fragt, Einspruch, was ist das überhaupt, noch nichts von gehört, dann liegt das daran, dass wir damit auch erst zum Anfang der Woche an die Öffentlichkeit getreten sind. Das ist ein neues Zusatzangebot der FAZ, das sich an Juristen richtet, aber auch ganz allgemein an Menschen, die irgendwie an rechtlichen Fragestellungen interessiert sind, die besser verstehen wollen, wie Gesetze zustande kommen, wie die Gerichte sie dann anwenden, warum die Entscheidungen vielleicht manchmal ein bisschen schwer nachvollziehbar wirken und dann in der Praxis doch oft mehr Sinn ergeben, als man denkt. Und ja, das Ganze besteht aus drei Teilen. Es gibt eine Tagesausgabe, die erscheint digital sechsmal die Woche und stellt im Wesentlichen die Texte der normalen FAZ zusammen, die etwas mit Recht zu tun haben. Es gibt eine Wochenausgabe, die erscheint dienstags abends und enthält ausschließlich exklusive Stücke. Die schreiben wir hier teilweise in der Redaktion selbst. Wir haben auch ein paar ganz kluge Gastautoren mit an Bord. Der ehemalige Verfassungsrichter Paul Kirchhoff ist dabei, Volker Rieble, eminenter Arbeitsrechtsprofessor Russell Miller aus den USA und etliche weitere. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr sehr gerne mal auf fazeinspruch.de gehen. Da findet ihr noch mehr Infos dazu und könnt das Ganze abonnieren. Und ja, neben diesen beiden Teilen gibt es eben drittens noch den Podcast, den ihr gerade hört. Der ist anders als die beiden öffentlich und auch ohne Abo zu hören. Und wir dachten uns, das wäre eine ganz nette Möglichkeit, uns so einmal die Woche über die wichtigsten Rechtsthemen der letzten sieben Tage zu unterhalten. Genau, und auch sie können, dürfen und sollen hier mitdiskutieren. Also wir sprechen erstmal ein Weichen miteinander und dann können Sie aber auch gerne Ihre Beiträge an fazeinspruch.faz.de schicken und wir werden Sie sorgfältig sichten und dann auch in die Sendung einfließen lassen. Genau, wir würden das ganz gerne so ein bisschen als Dialog gestalten. Das ist ja auch der Charme des Formats. Also wenn ihr Fragen, Anregungen oder was auch immer auf dem Herzen habt, dann immer heraus damit. Ja, und die letzten sieben Tage haben auch direkt einiges bereitgehalten an spannenden Rechtsfragen. Corinna, was haben wir denn diesmal so auf dem Zettel? Ja, die Themen der Woche, die wir neu verhandeln wollen. Da ist natürlich zum Ersten der Schlecker-Prozess, der doch einen ganz erstaunlichen Ausgang genommen hat. Anton Schlecker, der Drogeriekönig, selbst ist mit einer Bewährungsstrafe davongekommen. Seine Kinder müssen ins Gefängnis. Irgendwie ist das merkwürdig und das wollen wir mal ein bisschen diskutieren. Dann beschäftigen wir uns mit einem Fall, den wir schon so lange nicht mehr hatten. Also ich habe jedenfalls die Abtreibung beziehungsweise die Werbung damit schon lange nicht mehr auf dem Radar gehabt. Nun beschäftigen die aber wieder die Gerichte. Wir haben etwas, was künftig die Gerichte womöglich noch mehr beschäftigen wird, nämlich Klagen in Bezug auf den Klimawandel. Der wird ganz konkret gerade von dem Oberlandesgericht Essen verhandelt. Hamm ist es, glaube ich. Ach so ist es so, Entschuldigung. Also Oberlandesgericht Hamm und ein peruanischer Bauer verklagt gerade den Energiekonzern RWE. Auch das müssen wir uns genauer ansehen, ebenso wie die gerichtlichen Auseinandersetzungen, denen sich Trump stellen muss wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung. Und das schon lange, bevor die jüngsten MeToo-Wähler über uns hineingeschwappt sind. Auch da gibt es neue Entwicklungen, die hier vielleicht in Deutschland gar nicht so präsent sind. Und wir haben noch einen Schmanker zum Schluss, eine Kategorie, die wir nennen das gerechte Urteil. Und da kann ich schon mal verraten, dass es um Til Schweiger gehen wird. Nun also der Schlecker-Prozess. Am Montag kam das Urteil. Im großen Schlecker-Prozess, da hat das Landgericht Stuttgart nach 29 Prozesttagen Anton Schlecker wegen vorsätzlichen Bankkotz verurteilt. Und zwar zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Hinzu kommt noch eine Geldstrafe von 54.000 Euro. Das klingt natürlich übersichtlich gemessen an der Tatsache, dass man ja immer vermutet, dass da noch wesentlich mehr im Hintergrund ist. Liegt aber daran, dass er selber natürlich arm wie eine Kirchenmaus ist, zumindest pleite. Und deswegen sind die Tagessätze auf 150 Euro festgelegt, was eben ein relativ übersichtlicher Betrag ist. Sie, die Kammer, war offensichtlich milde gestimmt, was jetzt Anton Schlecker anging. Denn die hat eine Gewinnsucht ausgeschlossen. Also deswegen einen besonders schweren Fall. Die Staatsanwaltschaft ist ja davon ausgegangen, dass ein solcher vorliegt. Und das hat aber die Kammer abgelehnt, vielleicht zur Gewinnsucht nochmal. Ja, vielleicht bevor wir in die Tatbestandsmerkmale einsteigen, könnten wir erst nochmal kurz erklären, was genau hat er denn eigentlich angestellt? Also bekanntermaßen Schlecker, Riesendrogeriekette gewesen, inzwischen pleite. Jetzt ist es ja an und für sich nicht strafbar, sein Unternehmen vor die Wand zu fahren. Was genau war denn dann der Vorwurf, der Anton Schlecker und seinen beiden Kindern hier gemacht wurde? Ja, das ist in der Tat ein guter Hinweis. Denn viele Nichtjuristen sind ja erstaunt, dass der Bankrott tatsächlich ein strafrechtlicher Tatbestand ist und nicht einfach nur ein Synonym für Pleite. Also wie es ja häufig genutzt wird, oft sagt man ja, es geht jemandem bankrott. Tatsächlich ist es aber ein Straftatbestand, der im Wesentlichen beinhaltet, dass man einige Schweinereien in Zusammenhang mit einer Insolvenz anstellt. Also hier in dem konkreten Fall eben Vermögenswerte beiseite schafft, die den Gläubigern entzogen werden. Darum geht es im Wesentlichen, also jetzt hier in diesem konkreten Fall. Also es ist eben nicht nur einfach die Insolvenz, sondern es kommt noch etwas hinzu, was unehrenwert ist, um es jetzt mal deutlich zu sagen. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich schon wissen musste, das wird hier nichts mehr, wir sind zahlungsunfähig, und schafft man dann irgendwie noch Geld dabei beiseite, die dann eben für die Insolvenzmeister nicht mehr zur Verfügung stehen. Richtig. Genau, das ist einfach immer ein generelles Problem bei Insolvenzen. Also wo setzt man eigentlich den Punkt, wo tatsächlich Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit eingesetzt wird? Das ist ja auch immer so ein bisschen eine Ermessenssache. Und hier haben die Parteien auch lange drum gerummen, den richtigen Zeitpunkt festzusetzen. Das war dann nach Angabe des Gerichts der 1. Februar 2011. Und zwar nach Eingang der Betriebsauswertung für das Jahr 2010 muss eigentlich allen Beteiligten klar gewesen sein. Das wird nichts mehr. Allerdings hat es dann knapp ein Jahr gedauert, nämlich bis Januar 2012, bis die Schleckers tatsächlich Insolvenz angemeldet haben und zu dieser doch recht spektakulären Pressekonferenz mit Maike Schlecker kam, wo sie den bedeutungsvollen Satz gesagt hat, es ist nichts mehr da. Und der Unterschied mit der Gewinnsucht und dem besonders schweren Fall, den die dann darstellt, ist quasi, dass man sagt, im Normalfall des Bankreuz kann man irgendwie noch zugunsten des Täters annehmen. Naja, der hat halt irgendwie zumindest versucht, sein Unternehmen zu retten oder hat das irgendwie retten wollen, auch wenn er eigentlich wissen musste, dass es nichts mehr wird. Wohingegen dann bei diesem besonders schweren Fall man quasi einfach nur zum eigenen Vorteil noch beiseite schafft, was irgendwie beiseite zu schaffen ist, kann man so sagen. Genau, richtig. Also die Definition der Gewinnsucht ist, dass man aus überzogenem, rücksichtslosen und sittlich anstößigem Erwerbsinteresse gehandelt hat. Also das ist eben nochmal eine Umdrehung mehr. Nun kann man sagen, im Auge der Öffentlichkeit, insbesondere der Schleckerfrauen, die würden wahrscheinlich sofort einen Haken dran machen. Die Staatsanwaltschaft hat das auch gemacht. Und letztendlich, wenn man sich das mal anguckt, also was da alles gelaufen ist, diese berühmte Reise in die Karibik, drei Wochen vor Insolvenz, noch 50.000 Euro. Das ist natürlich juristisch jetzt vielleicht nicht der ganz große Schadensbestand. Da schließlich ging es ja um bis zu 25 Millionen Euro, die da zu Buche schlugen. Da fällt das natürlich nicht wahnsinnig ins Gewicht, aber zeigt natürlich so ein bisschen auch die Gesinnungslage. Das hinterlässt Geschmäckler auf jeden Fall. Absolut. Viel schlimmer waren natürlich einfach die Gelder, die abgezweigt wurden von der Tochtergesellschaft von Schlecker. Die Logistikfirma LDG an Lars und Maike Schlecker, die insgesamt, ich glaube, zwischen 6 und 7 Millionen Euro als Schaden festgemacht haben. Also diese Logistikfirma gehörte den beiden Kindern und hat Leistungen erbracht für das Mutterunternehmen Schlecker. Und was war jetzt genau das Problem? Also man kann ja eine Logistikfirma beauftragen, das ist ja prinzipiell nichts Schlimmes. Was war dann hier jetzt das Problem? Da war eben das Problem, dass sich dann Geld aus dieser Logistikfirma noch abgezweigt wurde, eben kurz bevor die Insolvenz tatsächlich eintrat. Und das wurde schon vor dem Hintergrund gemacht, dass die Kinder sozusagen ihre Schäfchen ins Trocken bringen wollen. Hinzu kam übrigens auch das zum Thema Geschmäckle. Da hat Anton Schlecker an seine Enkelkinder mehrere hunderttausend Euro überwiesen. Das ist natürlich auch mehr als das, was man normalerweise... So seinen Enkelkindern mal zum Geschenk macht. Genau. So, und jetzt haben wir eben das Bemerkenswerte, dass die Kinder jetzt in den Bau wandern, wenn man es mal so salopp ausdrücken möchte, der Vater eben nicht. Das kann man sich vorstellen, führt wahrscheinlich früher oder später auch zu Spannungen. Und ich finde ehrlich gesagt, es ist schon auch schwierig, tatsächlich zu argumentieren letztendlich. Denn so wie ich das verstanden habe, ist ein wesentlicher Faktor eben, dass der Schaden bei den Kindern wesentlich höher sein soll als bei dem Anton Schlecker. Wobei mir nicht ganz klar ist, warum das nie durch zwei geteilt wurde. Denn also, wenn man das rein rechnerisch so macht, dass selbst wenn man die 7,1 Millionen zugrunde legt, die da eine Rolle gespielt haben soll, ein Schaden bei den Schleckerkindern, dann müsste man es ja eigentlich durch zwei teilen. Und sagen, pro Kind sind es dann eben 3,56. Wobei ich, also das habe ich versucht rauszukriegen. Es ist noch offen. Wer da irgendwie Erkenntnisse hat, kann sie wie gesagt auch gerne schicken an der FAZ einspruch at FAZ.de. Wir versuchen es auch noch anderweitig rauszubekommen und liefern das dann in der nächsten Sendung nach. Aber das sind so eine der vielleicht mehreren Merkwürdigkeiten, die jetzt mit diesem ganzen Schuldspruch einhergehen. Für Wirbel im Vorfeld haben auch die 4 Millionen gesorgt, die die Schleckers noch schnell überwiesen haben, zu Schadenswiedergutmachung. Da hieß es immer wieder, die Familie habe sich freikaufen wollen, das Gericht milde stimmen wollen. Das ist in der Tat auch so wohl gewesen. Das sieht das Gesetz auch vor in § 46a StGB und soll im Wesentlichen dazu dienen, den Opfern, Opfer und Täter so ein bisschen näher zusammenzubringen. Genau, das ist ja so ein bisschen Nachtatverhalten und Schadenswiedergutmachung. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein, dass man das nicht so auffasst als Ablasshandel oder ähnliches, sondern das ist ein von unserer Rechtsordnung gutierter und ja auch ganz legitimer, würde ich sagen, Gedanke, gerade wenn es nur um finanzielle Schäden geht, die angerichtet worden sind, dass man die dann eben auch im Nachhinein kompensieren kann. Dadurch wird man nicht straffrei, aber kommt halt unter Umständen etwas glimpflicher davon, als es sonst der Fall gewesen wäre. Sowohl Anton Schlecker selbst als auch die Kinder haben ja, glaube ich, wenn ich das recht in Erinnerung habe, jeweils ein paar Millionchen überwiesen, wobei Anton Schlecker selber jedenfalls sich die dann ja auch leihweise, ich glaube, von seiner Frau war es. Genau. Denn er selbst ist ja eben komplett pleite und hätte gar keine Millionen gehabt, die er irgendwohin hätte überweisen können, hat die dann aber eben irgendwie von seiner Frau bekommen und an den Insolvenzverwalter überwiesen, sodass die Gläubiger jetzt quasi noch eine etwas bessere Quote erzielen. Und du sagst es gerade schon, ich weiß gar nicht, ob wir das schon genannt haben, er selbst hat zwei Jahre bekommen auf Bewährung. Das ist ja die absolute Obergrenzung bei der Bewährung. Das ist auch eine ziemliche Punktlandung, muss man sagen. Also da hat offensichtlich die Schadenswiedergutmachung auch was gebracht, wie übrigens bei allen etwas gebracht hat, aber hier hat sie eben zu dieser Punktlandung bei zwei Jahren geführt. Ist ja auch eine ungewöhnliche Konstruktion, dass man eine Gefängnisstrafe und dann noch eine Geldstrafe zusätzlich verhängt. Also das Gericht hat dir wirklich quasi alles rausgeholt, was ging, ohne ihn tatsächlich in Haft zu schicken. Die Kinder hingegen haben was nochmal bekommen? Die haben tatsächlich zwei Jahre und neun beziehungsweise acht Monate bekommen an Freiheitsstrafe. Und wenn das, sie haben übrigens auch gesagt, dass sie in die Revision gehen, das heißt, der BGH wird sich damit auch nochmal beschäftigen. Wenn das eben so durchgeht, dann müssen sie ins Gefängnis. Aber das wird erst der BGH zu klären haben. Interessant fand ich übrigens auch, es wird ein bisschen vergessen, dass der Anton Schlecker ja schon öfter mal mit dem Gericht zu tun hatte. 1998 wurde er schon mal zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Und außerdem musste er 2007 nochmal eine Geldstrafe wegen Urkundenfälschung zahlen. 1998 lag das daran, dass er die Beschäftigten unter Tarif bezahlt hat. Das alles ist ihm verjährt, sodass das nicht in irgendeiner Art und Weise strafschärfend wohl berücksichtigt wurde. Aber man kann eben auf der anderen Seite auch nicht sagen, dass er jetzt völlig unbeschalten ist. Richtig, genau, wie man es gerne sagt. Vielleicht noch ein Letzt, bevor wir dann vielleicht zum nächsten Thema wechseln, noch einen letzten Hinweis darauf, dass die Gerichtsverfahren noch lange nicht ausgestanden sind. Wie gesagt, es gibt das Revisionsverfahren. Ansonsten wird das Insolvenzverfahren sich ja noch ein Weilchen hinziehen. Da sieht es wohl ganz gut aus, was die Mitarbeiter angeht. Die können sich Hoffnung auf die ausstehenden Löhne machen, allerdings auch tatsächlich erst womöglich in ein paar Jahren. Denn solche Insolvenzverfahren ziehen sich ja. Ansonsten haben noch 22.000 Gläubiger mehr als eine Milliarde Euro Gelden gemacht. Da kann man sich ja nicht vorstellen. Also da sind auch die 4 Millionen, die er da überwiesen hat, einen Tropfen auf den heißen Stein. Genau, einen Tropfen auf den heißen Stein. Wie ja so oft bei Insolvenzen. Richtig, genau. Und Herr Geiwitz hat auch, also das ist der Insolvenzverwalter, der Herr Geiwitz hat eben den auch den Gläubigern schon jetzt nicht die größten Hoffnung gemacht, dass es da zu großen Rückzahlungen kommen wird. Ansonsten sind noch ein paar Zivilklagen anhängig vom Landgericht Zwickau gegen Frau Christa und die Kinder Lars und Maike. Da geht es eben in Zwickau und in Österreich. Da sind jeweils auch, geht es darum, dass Gelder zurückgezahlt werden, die die sozusagen unrechtmäßig aus der Insolvenzmasse gezogen haben sollen. Das sind allerdings Zivilklagen. Auch das wird dann ein Weilchen dauern, bis das wohlgeklärt ist. Also wir werden noch viel von den Schleckers hören. Ja, ein Drama mit vielen Nebenhandlungssträngen, das uns weiter begleiten wird und das auch wir dann in der Zukunft hier in der Sendung weiter begleiten werden. Jetzt kommen wir aber erst mal zu einer anderen Gerichtsentscheidung, die in der vergangenen Woche ebenfalls für viel Aufsehen gesorgt hat. Was insofern ganz interessant ist, als dass die Entscheidung eigentlich, wenn man sich jetzt mal so die geltende Rechtslage anschaut, vielleicht gar nicht so fürchtbar verblüffend ist. Das Gericht hat eigentlich mehr oder weniger nur das Recht angewandt. Aber es kommt eben sehr, sehr selten dazu, dass dieser Paragraf überhaupt mal in der Praxis eine Rolle spielt. Um welchen Paragraf geht es? Um den 219 A StGB, der die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe stellt. Jetzt kann man sich vielleicht erst mal fragen, ja, warum ist das denn verboten? Abtreibungen sind doch erlaubt. Warum darf ich dann nicht für etwas werben, was ich ja schließlich auch tun darf? Wenn das sozusagen die erste instinktive Reaktion sein sollte, dann würde das aber eigentlich auch schon ganz schön zeigen, wie weit das Rechtsempfinden und die tatsächliche Rechtslage sich hier auseinanderentwickelt haben. Denn es ist keineswegs so, dass das erlaubt ist. Genau, also nur im technischsten und engsten Sinne des Begriffs. Eigentlich sind Abtreibungen erst mal ganz und gar nicht erlaubt, sondern ein Straftatbestand. Und der steht auch nicht irgendwo, sondern im 218 StGB, also in dem Bereich, wo die Straftaten gegen das Leben bestimmt sind. Man kennt das. 211 ist Mord, 212 Totschlag, fahrlichste Getötung ist, glaube ich, 222 oder so. Und 218 eben die Abtreibung. Das heißt, wenn ich jetzt einfach nur hingehe und einen Schwangerschaftsabbruch durchführe, dann mache ich mich in der Tat grundsätzlich erst mal nach dieser Norm strafbar. In der Praxis gibt es aber natürlich eine Ausnahmebestimmung, die das dann unter gewissen Bedingungen doch wieder erlaubt. Nämlich erstens muss es in den ersten drei Monaten sein. Es muss ein Beratungsgespräch vorangegangen sein, das auch gerade dem Schutz des ungeborenen Lebens dient. Also wo tendenziell dahingehend auf die Frau eingewirkt werden soll, dass sie das Kind eben irgendwie doch austrägt oder sich zumindest noch mal ernsthaft Gedanken drüber macht. Ja, dann gibt es noch so ein paar weitere Ausnahmebestimmungen in Fällen von Vergewaltigung oder wenn die Schwangerschaft mit erheblichen medizinischen Risiken für die Frau einhergeht. Aber so ist jedenfalls die Rechtslage. Die wird sich wahrscheinlich realistischerweise auch nicht so fürchtbar viel ändern können. Denn es hat in der Vergangenheit schon Liberalisierungsversuche gegeben, denen das Bundesverfassungsgericht entgegengetreten ist, weil es eben sagt, doch, auch das ungeborene Leben, der Embryo ist schon ein Rechtssubjekt mit eigenen Rechten, das wir schützen müssen. Und das Maximum, was sozusagen durchzukriegen war, war eben diese derzeitige Kompromisslösung, die wir jetzt haben, die es erst mal unter Strafe stellt, aber dann unter bestimmten Bedingungen doch erlaubt. Genau, und das hat verschiedene Konsequenzen. Offensichtlich auch die, das muss ich offengestehen, war mir unbekannt, dass man dafür nicht mal werben darf und ganz offensichtlich auch noch nicht mal informieren darf darüber. Denn in diesem konkreten Fall war es ja eher eine Information als eine Werbung. Genau, das ist eine wichtige Unterscheidung, die hier, glaube ich, auch so im Kern der juristischen Problematik steht. Also, um es erst mal kurz zu erzählen, angeklagt war eine Frau, Christina Hänel, die ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und die bietet unter anderem Schwangerschaftsabbrüche an. Das gibt sie auch auf ihrer Website an. Also, dass das einfach Teil ihres Dienstleistungsportfolios ist. Und dies soll eben nach Ansicht der Staatsanwaltschaft und dann auch nach Ansicht des Amtsgerichts Gießen bereits den Tatbestand des 219a erfüllen, weshalb sie dann auch verurteilt worden ist zu jetzt einer letztlich überschaubaren Strafe von 40 Tagessätzen. Aber das Problem ist auch gar nicht so sehr, dass diese Frau jetzt irgendwie so fürchtbar schwer gestraft wäre, sondern das Problem ist eher, dass diese Rechtslage natürlich dazu führt, dass die allermeisten Ärzte, die Abtreibungen anbieten, sich dann eben rechtskonform verhalten und diese Information nicht öffentlich machen. Also, wenn ich jetzt als Frau googeln möchte, wo ich eine Abtreibungspraxis finde, dann tue ich mich damit in der Praxis schwer, weil eben bereits die Angabe dessen dem 219a unterfällt und die Ärzte das dementsprechend nicht tun dürfen und nicht tun können. Das heißt, da ist man ehrlicherweise, wenn man denn jetzt, wenn man als Frau, wenn die Frau sozusagen in der Lage ist, wo sie sich dafür entschieden hat, aus welchen Gründen auch immer, da gibt es ja die unterschiedlichsten Motivationslagen, dann steht sie natürlich erst mal vorm Riesenproblem, weil sie gar nicht weiß, an wen sich, na gut, an wen sich, wenn schon, denn es gibt ja umfangreiche Beratungsstellen, aber sich sozusagen dann den, die freie Arztwahl, sagen wir so, ist schwierig in diesem Fall. Ja, und das finde ich auch tatsächlich eine schwierige und schwierig zu erklärende Situation. Also der Grundgedanke zu sagen, wir wollen dafür keine Werbung, das ist ja irgendwie noch nachvollziehbar, wenn man sagt, die Abtreibung selbst verknüpft unsere Rechtsordnung halt irgendwie doch mit einem gewissen Unwerturteil. Wir finden das eigentlich nicht wirklich gut, auch wenn wir es erlauben. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob das so sein sollte, aber so ist es jedenfalls. Und deshalb möchte man natürlich auch keine marktschreierische, plakative Werbung. Man könnte sich ja irgendwie die geschmacklosesten Dinge vorstellen. Sind sie schwanger mit Zwillingen, und dann kriegen sie irgendwie zwei Abtreibungen zum Preis von einer oder so. Das möchte man nicht haben. Und das ist ja auch vielleicht grundsätzlich okay, dass man das nicht haben möchte. Aber was ich halt problematisch finde und auch gar nicht so zwingend aus der Norm heraus, ist, dass eben auch die reine Information schon Werbung sein soll. Wobei man ehrlicherweise auch mal sagen kann, dass Werbung als solche ja nicht immer marktschreierisch sein soll. Man kann sich ja wirklich einfach auch ein diskretes drauf hinweisen, vorstellen, was jetzt keinerlei Schamgefühl verletzt. Und das, ehrlich gesagt, finde ich auch immer ein bisschen schräg, dass man das den Beteiligten nicht zutraut. Dass man sozusagen hier vom Worst Case ausgeht und es nicht umgekehrt macht, sozusagen es erst mal freigibt und dann gegen marktschreierische oder überzogene Werbung vorgehen. So könnte man es ja tun. Ja, und eine zumindest Möglichkeit, auch ohne jetzt irgendwelche Reformen oder so diese Differenzierung, die wir gerade hier aufmachen, in der Praxis dann auch irgendwie durchzuziehen, besteht eigentlich meines Erachtens schon, denn der 219a sagt eben, also der hat so ein paar verschiedene Begehungsvarianten, da müssen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber jedenfalls sagt er, das Ganze muss zur Mehrung des Vermögens oder des Vermögensvorteils wegen erfolgen. Also sprich, es muss eine klar kommerzielle Motivationen vorliegen. Jetzt sagt die herrschende Meinung, ja, das ist ja der Fall, wenn ich irgendwie als Arzt auf meiner Homepage schreibe, dass ich das anbiete, dann in der Erwartung, dass Leute das Lesen zu mir kommen, das da machen lassen und ich ja auch schließlich dafür bezahlt werde. Ja, also kann man natürlich so sagen, aber ich finde gerade im Strafrecht, wo man ja dazu neigt, Tatbestandsmerkmale eher eng auszulegen, könnte man jetzt auch sagen, solange das Ganze keinen appellativen Charakter hat, also da nicht steht, kommt zu mir und lasst abtreiben, sondern einfach nur, ich biete folgende 10 Dienstleistungen an, eine davon ist Abtreibung, Punkt. Ja, wie es ja so häufig, ehrlich gesagt, passiert. In der Tat, genau. Auf Ärzte-Webseiten, die werden ja auch nicht mit dem grauen Starr, sozusagen groß, gemaktschreierisch das anpreisen, sondern da wird es ja auch nur als eine. Als eine von eben diversen Dienstleistungen, die man da in Anspruch nehmen kann. Genau, also wie gesagt, ich würde denken, dass man das eigentlich auch so auslegen könnte. Die herrschende Meinung tut es aber nicht. Das Amtsgericht Gießen hat es ebenfalls nicht getan und die Frau aus genau dem Grund auch verurteilt. Jetzt wird man mal sehen, ob sie Rechtsmittel einlegt. Das könnte dann natürlich vielleicht noch zu einer Erklärung dieser Frage in höheren Instanzen führen und vielleicht letztlich auch zu einer Änderung der Praxis einfach in diesem Punkt. Prima, dabei wollen wir es jetzt erstmal belassen und gehen zu einem ganz anderen Thema. Und zwar nach Peru. Da gibt es offensichtlich einen Mann, der sich gestört fühlt von dem Klimawandel, der nicht nur gestört, sondern eben ganz vehement bedroht wird. Und darin einen Schuldigen sieht, nämlich den RWE-Konzern. Und Konzentrin, auch du hast dir diesen Fall näher angeguckt. Was verbirgt sich denn dahinter? Dieser Mann namens Saul Luciano Llua, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, lebt in Peru, in Juarez. Das ist eine Gemeinde, die am Fuße eines Gletschers liegt. Und dieser Gletscher schmilzt eben schon seit vielen Jahren so langsam vor sich hin und hat eine große Lagune gebildet, deren Pegel immer höher steigt. Und es ist wohl so, oder jedenfalls sagt er das, dass es quasi jederzeit passieren kann, dass ein großer Teil des Gletschers abbricht und dann so eine Flutwelle von der Lagune aus entsteht, die dann eben in seine Gemeinde stürzen und da alles Mögliche wegschwemmen würde. Und weil das nun mal leider so ist und sich auch nicht wirklich ändern lassen wird, müsste man quasi Schutzvorrichtungen errichten, irgendwelche Welle oder so, die das Wasser dann aufhalten könnten. Und das hat er vor zu tun, die sind noch nicht tatsächlich gebaut worden, aber er führt jetzt eben einen sehr interessanten und in dieser Form auch erstmaligen Prozess gegen RWE in Deutschland mit der Argumentation, dass er sagt, na ja, RWE ist natürlich ein riesen Energiekonzern, die tragen erheblich zum Klimawandel bei durch ihren Ausstoß von Treibhausgasen. Er hat da auch eine Zahl, nämlich 0,5 Prozent sozusagen des Gesamteffekts des Klimawandels soll auf RWE zurückgehen. Die hat er sich jetzt auch nicht irgendwie ausgedacht, die Zahl, sondern die geht auf so ein wissenschaftliches Gutachten wiederum zurück. Und deshalb möchte er gerne 0,5 Prozent der Kosten von RWE ersetzt haben oder erstmal die Feststellung, dass RWE diese Kosten dann wird übernehmen müssen. Und dazu hast du ja übrigens auch in unserem FAZ-Einspruch-Magazin einen großen Artikel geschrieben, das ist hier nochmal eine kleine Werbung am Rande. Können Sie sich gerne angucken im Internet. Aber letztendlich ist es eben so, dass RWE, wie stellt sich RWE dazu? Das ist ja schon das zweite Verfahren dazu, also die zweite Instanz, die sich damit beschäftigt. Ich nehme an, die werden alles mit Abscheu von sich weisen. Ja, also nicht alles. Ich meine, die sind schon soweit erstmal ehrlich, dass sie sagen, ja, den Klimawandel gibt es. Ja, wir tragen auch dazu bei. Und wir wollen auch irgendwie versuchen, die negativen Folgen dessen einzugrenzen, indem wir halt unsere Produktion umstellen, modernere Kraftwerke errichten etc. Aber was sie jedenfalls weit von sich weisen, ist die Verantwortung für einzelne konkrete Schäden, die jetzt irgendwo auf der Welt auftreten als Folge dessen. Und ebenfalls weit von sich gewesen hat das die erste Instanz. Das war das Landgericht Essen. Und das hat also hier dann noch nicht mal in die Beweisaufnahme eingetreten, weil es mit verschiedenen Gründen, aber im Wesentlichen hat es gesagt, bei solchen Summationsschäden, also bei so Schadensfällen, wo ganz viele Ursachen zusammenkommen, und noch kann man quasi nicht den einzelnen Schadenseintritt auf den einzelnen Verursacher zurückführen. Erst recht nicht, wenn dann auch noch so ein komplizierter Prozess dazwischen liegt, also Kraftwerke stoßen, müssen Gase aus, die steigen in die Atmosphäre auf, vermischen sich mit anderen Gasen, dann findet ein wahnsinnig komplizierter Naturprozess statt. Die Wärmeabstrahlung von der Erde wird erschwert, dadurch steigt ganz langsam das Klima, dieser Gletscher schmilzt und so. Das ist ja schon eine sehr komplizierte Verursachungskette, die da im Raum steht. Und deshalb soll es halt nicht möglich sein, das so zurückzuverfolgen. Genau, ist ein relativ kurzes Urteil. Vom vergangenen Dezember 2016 können wir auch gerne in unsere Shownotes packen. Gießt sich eigentlich ganz interessant. Aber die haben einen relativ kurzen Prozess gemacht. Aber die zweite Instanz sieht es jetzt ein bisschen anders, offensichtlich. Allervoraussicht nach jedenfalls. Also am Donnerstag soll dann die Entscheidung ergehen, ob sie einen Beweisbeschluss erlassen oder nicht. Das muss man deutlich sagen. Es kommt natürlich noch nicht zu einem Urteil. Jetzt geht es erstmal darum, überhaupt in die Beweisaufnahme einzutreten. Und dass sie das tun werden, aller Voraussicht nach, das hat sich jedenfalls in der mündlichen Verhandlung Mitte des Monats sehr deutlich gezeigt oder angekündigt. Da hat das Gericht also gesagt, anders als eben die Vorinstanz, na ja, mag ja sein, dass dieser ganze Prozess irgendwie kompliziert ist. Aber das ist dann eben letztlich eine Frage der Beweisbarkeit. Da wird man dann gucken müssen. Die Kläger werden dann Gutachten von verschiedenen Meteorologen und Klimaexperten vorlegen, die halt zeigen sollen, ja, tatsächlich sozusagen jeder Emittent von Treibhausgasen trägt zu jedem Schadensfall bei. Also tatsächlich dadurch, dass die Emissionen aufsteigen, sich in der Atmosphäre miteinander vermischen, ist es quasi legitim zu sagen, jeder, der irgendwie Treibhausgasse emittiert, wird auch wirklich kausal für jeden Schaden, wenn auch natürlich nur in einem ganz winzigen Bruchteil oder im Fall von RWE eben in einem etwas größeren Bruchteil. Und das sei hier nicht so unerheblich, dass man da einfach sagen könnte, ohne RWE wäre die Lage ganz genauso wie mit. Das ist schon wirklich ein wahnsinnig bemerkenswerter Ansatz, wenn man sich das mal weiterdenkt. Also nehmen wir mal an, der Peruaner Saul hieß er. Ich mag jetzt nicht den ganzen Namen wiederholen. Das traue ich mir leider nicht zu. Aber nehmen wir mal an, der hat tatsächlich Erfolg. Das würde ja wirklich Tür und Tor öffnen für allerlei Klagen. Denn es gibt ja nicht nur eine Vielzahl von Verursachern, sondern auch noch viel, viel mehr Opfer. Geschädigte, ja. Also tatsächlich, genau so ist es. Und ich glaube, deshalb führt RWE diesen Prozess auch so entschlossen. Denn die Summen, die hier ganz konkret im Raum stehen, sind erst mal Peanuts eigentlich. Also es sind ein paar tausend Euro. Aber die wollen natürlich keine ungünstige Präzedenz entstehen lassen. Denn die Zahl potenzieller Kläger ist nahezu unendlich. Also man weiß, dass ja die Malediven drohen abzusaufen. In den USA gab es auch tatsächlich schon mal so ein Verfahren. In Alaska, das war so eine Gruppe von Inuit, die irgendwie umsiedeln musste, weil ihre Region, wo sie lebten, durch Küstenschäden quasi unbewohnbar geworden war. Die hatten dann auch von ExxonMobil und etlichen weiteren Energieversorgern eben Ersatz dieser Schäden. Da ging es dann schon um ein paar hundert Millionen immerhin zu erlangen. versucht, erfolglos allerdings. Die Gerichte in den USA haben gesagt, na ja, das ist irgendwie, das unterfällt dem Primat der Politik sozusagen. Solche, das ist nicht sinnvoll im Wege des Zivilrechtsschutzes regelbar. Aktuell gibt es auch eine weitere Klage in Kalifornien. Das ist ein sehr pragmatischer Ansatz. Ja, also ich meine, die Argumentation ging noch ein bisschen mehr ins Detail. Aber das war schon ein durchaus wichtiger und tragender Gedanke. In Kalifornien klagen aktuell drei Gemeinden ebenfalls gegen eine ganze Reihe von Beklagten. Und da ist der Schaden, glaube ich, noch nicht ganz konkret beziffert. Aber man redet so von einer mittleren zweistelligen Milliardensumme. Also man sieht, das wird dann mitunter schon beträchtlich. Und wenn man dann eben nicht nur gegen einen Emittenten klagt, sondern gegen eine ganze Reihe, dann kriegt man vielleicht auch eine halbwegs akzeptable Quote hin. Also sprich, wenn sich das etablieren sollte, dann käme natürlich ganz schön was auf uns zu. Und ja, deshalb ist dieser Rechtsstreit vor dem OLG Hamm eben auch so interessant. Wie würdest du denn entscheiden, lieber Konstantin? Wirklich schwierig. Also letztlich, es gibt natürlich so ein paar, ich sag mal, wirtschaftspolitische Erwägungen, die da auch im Hintergrund stehen. Wenn sich jetzt in Deutschland zum Beispiel eine Rechtsprechung etablieren würde, die sagt, jo, tatsächlich kann jeder Kläger aus aller Welt deutsche Emittenten in die Haftung nehmen. Wohingegen in anderen Ländern möglicherweise die Judikatur anders aussieht und die halt sagen, nö, das erkennen wir nicht. Anderen ist das natürlich perspektivisch gedacht ein nicht unmittelrechtlicher Nachteil für den Wirtschaftsstandort. Jedenfalls für, ja. Das wird nur den peruanischen Bauern natürlich nicht interessieren. Genau, das wird erstens den peruanischen Bauern nicht interessieren und es sollte zweitens auch eigentlich die Gerichte nicht interessieren. Denn das ist ja nicht deren Aufgabe, solche Erwägungen anzustellen, sondern deren Aufgabe ist es halt, einfach nach Recht und Gesetz zu entscheiden. Und da muss man sagen, also die Norm, um die es hier übrigens geht, ist es jetzt gar nicht irgendeine total okkulte Sondernorm aus dem Umweltschutzrecht, sondern einfach der 1004 BGB, der halt schädliche Einwirkungen auf das eigene Eigentum verbietet. Und der hat ja relativ schlichte Voraussetzungen eigentlich, auch wenn die Beweisführung dann in diesem Fall schwierig ist. Und wenn sich das tatsächlich nachweisen lässt, das wird natürlich die Beweisaufnahme noch zeigen, müsste man konsequenterweise wohl sagen, ja, in der Tat, dann sind sie auch zur Übernahme der Kosten verpflichtet. Spektakulär. Ja, ich könnte mir tatsächlich immer eine salomonische Lösung eher vorstellen. Also ich hätte echt, also ich kann es mir gut vorstellen, dass das natürlich den peruanischen Bauern und allen anderen da weiterhelfen kann. Ich sehe nur auf der anderen Seite natürlich wirklich auch die Gefahren und so ein bisschen auch die wahnsinnige Flut von Klagen, die es dann in dem Zusammenhang geben könnte. und würde mir eigentlich vorstellen, dass man dann vielleicht so eine Art von Form bildet, also das Ganze so auf selbstverantwortliche Art und Weise lösen, in den dann die Hauptemittenten rein. Das wäre der viel praktikablerer Ansatz jedenfalls auch. Nur ehrlich gesagt, fair wird es wahrscheinlich dann auch nicht, denn man sieht ja jetzt schon bei dem Paris-Abkommen, ja, wie schwierig es ist, da alle, insbesondere die Großen, die Amerikaner, die Chinesen mit ins Board zu holen. Genau. Aber jedenfalls ein interessanter Fall. Jetzt wollen wir vielleicht noch fast zu guter Letzt, das letzte größere Thema, jetzt auch den Blick wenden zu den Vereinigten Staaten. Ganz anderes Thema, sexuelle Belästigung seit der MeToo-Welle wieder in aller Munde. Ein großes Gesprächsthema. Und Trump, interessanterweise Donald Trump, der Präsident der Vereinigten Staaten, hat damit mit Vorwürfen der sexuellen Belästigung erstaunlich viel und erstaunlich lange schon zu tun. Der erste tauchte 1993 übrigens auf, was mir auch gar nicht so bewusst war. Ich jetzt aber durch Lektüre eines interessanten Artikels in der amerikanischen Zeitschrift The New Yorker gelernt habe. Werden wir auch noch in unsere Shownotes tun. Titel war Listening to what Trump's accusers have told us. Von einer sehr rührigen Journalistin. Und wie gesagt, die schildert den ersten Fall 1993, dokumentiert wohl in einem Buch von einem Autor Harry Hunt, Harry Hurt mit dem Namen The Lost Tycoon, in denen er Details einer eidesstaatlichen Versicherung von Ivana Trump, das ist die frühe Ehefrau von... Nicht zu verwechseln mit Ivanka. Nein, nein, das ist aber die Mutter natürlich von Ivanka. Ivana Trump in einem Scheidungsverfahren wohl offensichtlich zu Protokoll gegeben hat, nämlich da, dass sie beschreibt, wie Trump sie einmal brutal vergewaltigt haben soll. Ah, also sie selber ist quasi das Opfer dieses ersten Vorwurfs. So sieht es aus. Sie hat es dann später, so wird in dem Artikel berichtet, relativiert und gesagt, sie meinte das nicht in einem juristischen Sinne. Fakt ist auf jeden Fall, dass sie niemals geklagt hat, denn das Ganze findet sich ja nur in einer eidesstaatlichen Versicherung, die in dem Scheidungsverfahren eine Rolle spielte, aber das ist sozusagen der erste dokumentierte Fall. Und im Mai 2016 hat die Times von zwei weiteren Fällen berichtet und im vergangenen Jahr hatten wir ja diese bemerkenswerte Tonbandaufnahme in der... Das Billy-Bush-Tape. Genau, in der Donald Trump als Präsidentschaftskandidat da vom Leder gezogen hat, wie sehr er Frauen begrapschen könne. Als Star stehe ihm das quasi zu und würde auch dankend entgegengenommen. Genau, und danach waren es ungefähr zwei Dutzend Frauen, die im Wesentlichen gesagt haben, das war nicht nur Gerede, das haben wir selbst so erfahren. Fanden das aber doch nicht so toll, wie er meint. Richtig, genau. Und interessanterweise haben sie das eben aber nicht, haben das so sich geäußert in Interviews, aber es hat bisher nicht zu irgendwelchen Klagen geführt, wo man ehrlicherweise auch sagen muss, dass die sexuellen Belästigungen, die inzwischen bekannt, die Vorwürfe, die bekannt sind, denn wie gesagt, bewiesen ist ja in der Tat nichts, sind in keinem Gericht anhängig. Da gibt es keine sexuellen Klagen, denn die meisten sind verjährt, bis auf übrigens das, was eventuell Ivana Trump erleiden musste, aber die, wie gesagt, hat nie Klage erhoben, aber das wäre der einzige Fall, der nicht verehrt wäre. Weshalb das vor Gericht jetzt doch eine Rolle spielt, ist, dass Trump vollmundig in seinem Präsidentschaftswahlkampf und ich glaube auch danach, diese Frauen natürlich rauf und runter beschimpft hat, ihnen vorgeworfen hat, sie wären Lügnerin und da wäre nichts dran und eine Frau hat sich tatsächlich gegen diese Vorwürfe gewehrt vor Gericht und dieser Fall ist gerade anhängig vor dem New York Supreme Court, vor dem obersten Gericht in New York und da geht es im Wesentlichen darum, dass sie sich wegen dieser Verleubnung, wie sie sagt, zur Wehr setzt und einen Schadensersatz von 3.000 Euro verlangt, auch da ganz offensichtlich, das ist natürlich für amerikanische Verhältnisse Wirklich lapidar, aber es dürfte um was anderes gehen, nämlich um den Nachweis, dass sie recht hat. Ja, das ist natürlich zunächst mal jedenfalls ein ganz schöner Ansatz irgendwie, dass seine, wie so oft so vollmundigen Ansagen, ihn dann jetzt hier irgendwie einholen und quasi eine Geschichte, die eigentlich schon vom Tisch gewesen wäre, also zumindest juristisch aufgrund der Verjährung, Verjährung dann doch nochmal aktuell machen. Und diese Klage ist jetzt anhängig, sagtest du, was ist da so der Stand in dem Verfahren? Der Stand ist eben der, dass die sich mit Anträgen hier gegenseitig bombardieren. Also die Klägerin ist übrigens eine Frau, die in seiner Reality-TV-Show The Apprentice mitgespielt hat und sie hat ihm vorgeworfen, dass er sie geküsst hat und begrapscht hat. Die Frau heißt Summer Service und sie wird vertreten von einer ganz bekannten Frauenrechtsanwältin, das ist Gloria Allred, die schon Frauen gegen Bill Cosby vertreten hat und die hat jetzt umfangreiche Beweisanträge gestellt. Das Gericht muss darüber noch entscheiden und wer das amerikanische Recht ein bisschen kennt, der wird beim Wort Discovery freudig erschaudern oder auch nicht freudig erschaudern, denn das geht weit über das hinaus, was vor deutschen Gerichten gang und gäbe ist. Also da müssen E-Mails geliefert werden, sämtliche Unterlagen, die in Bezug stehen zu Vorwürfen der sexuellen Belästigung, die im Rahmen der Wahlkampagne zum Beispiel eine Rolle stellen. Also er hat sie sehr umfangreiche Beweisanträge gestellt. Der Anwalt von Trump, natürlich auch ein sehr rühriger amerikanischer Anwalt, hat argumentiert, dass der Präsident nun einmal der Präsident der Vereinigten Staaten sei und deswegen nicht vor einem läppischen Bundesstaatengericht auftreten kann. Dem haben wohl offensichtlich ein paar Verfassungsrechtler widersprochen. Ja, gibt es da sowas wie Immunität? Ja, also grundsätzlich gibt es die natürlich schon. Aber da das hier kein Strafverfahren, sondern eine Zivilklage ist, greift die nicht, nehme ich an. Genau, richtig. Und da könnte man übrigens auch wieder über dieses Vehikel, also beziehungsweise, naja, also das wird noch zu klären sein, sagen wir mal so, da möchte ich mich jetzt sozusagen nicht festlegen, denn natürlich sagt der Anwalt, Trumps Anwalt, dass das nicht funktionieren würde. Was eben aber interessant ist, wird es, wenn das Gericht entscheidet und die Entscheidung steht wohl jetzt für die nächsten Woche an, womöglich noch in diesem Jahr, dann könnte es zu interessanten Konstellationen führen, nämlich, dass einerseits diese Beweiserhebung, also die Dokumente geliefert werden müssen, andererseits Trump vor Gericht womöglich als Zeuge aussagen muss, was natürlich auch ein unfassbares Spektakel wäre. Und man könnte sich eben vorstellen, dass vielleicht eine ähnliche Konstellation sein wird, wie sie damals schon vor 20 Jahren bei Clinton eine Rolle spielte, denn letztendlich war ja auch da, dass er irgendwie ausgesagt hat, in den Verfahren, oder den Vorwürfen, die ihm dem Clinton vorgeworfen wurden und letztendlich es auch immer um Mein Eid ging und auch hier hoffen die Beteiligten sozusagen, dass Trump sich vor Gericht dann entweder entblößt, im übertragenen Sinne, oder sich verstrickt. Selbst in die Falle. Genau. Was ihm durchaus zuzutrauen wäre, in der ja meist etwas unbeherrscht wirkenden Art und Weise, wie er gerade bei emotionalen Themen zu sprechen pflegt. Richtig. Und das wäre dann, Mein Eid wäre dann natürlich auch wieder eine Situation, die bei einem Amtsenthebungsverfahren eine Rolle spielen könnte. Also auch hier gucken wir in Zukunft genauer hin, aber wollen es dabei mal bewenden lassen, um uns zu der Kategorie, das gerechte Urteil zuzuwenden. Ja, genau. Das ist noch so ein kleines Schmankerl zum Abschluss, das wir uns ausgedacht haben. Das ist jede Woche ein Urteil oder irgendwie eine Entscheidung aus dem Justizapparat jedenfalls, die einem so ein bisschen aus der Seele spricht. Wir hoffen auch, dass wir jede Woche eine finden. Genau, wir werden es versuchen. In diesem Fall haben wir jedenfalls ein ganz schönes Beispiel gefunden. Das war ein Verfahren, das gegen Til Schweiger geführt wurde von einer Frau, die sich mit ihm so einen kleinen Schlagabtausch auf Facebook geliefert hatte. Also die hat zunächst öffentlich auf seiner Facebook-Seite an Debatten teilgenommen und ihm dann irgendwann eine private Nachricht geschickt, wo sie so sinngemäß reinschrieb. Das war nach der Bundestagswahl, also nachdem die AfD in den Bundestag eingezogen ist. Und sie sagt halt, dass Til Schweiger vormals gesagt hätte, wenn die AfD in den Bundestag einzieht, dann verlässt er das Land. Und er bestreitet, das gesagt zu haben und sie hat das auch nicht beweisen können. Aber jedenfalls geht sie mal davon aus, dass das so war und schrieb dann in dieser Nachricht, wann er denn jetzt endlich sein Versprechen einlösen wolle. Also er sollte doch bitte schön mal verschwinden. Und auch noch ein bisschen vehementer ging es los. Er schrieb auch noch, ihr Demokratieverständnis und ihr Wortschatz widern mich an. Ja, genau, das Demokratieverständnis und Wortschatz, das sind so die beiden Dinge, die sie an Til Schweiger gestört haben offensichtlich. Und das wollte sie ihm mitteilen. Er fand das nicht so super, hat dann einen Screenshot von dieser Nachricht gemacht und den mit dem etwas süffisanten Kommentar Hey, schnuffi, date, nur wir beide? Fragezeichen versehen und öffentlich auf seiner Seite gepostet. Und ja, das hatte natürlich etwas unschöne Konsequenzen für die Frau wiederum, die sich dann also allerlei Anfeindungen ausgesetzt sah oder das jedenfalls so vorträgt. Und deshalb jetzt letzten Endes auch Klage erhoben hat, weil sie sagte, das sei eine Verletzung ihres Persönlichkeitsrechts gewesen. Das hätte der Schweiger so nicht öffentlich machen dürfen. Und ja, damit aber verloren hat. Das Gericht sah das anders. Das sagte, na ja, also es ist zwar schon in der Tat erst mal Eingriff in das Persönlichkeitsrecht, wenn noch dazu jemand mit so einer großen Plattform wie Til Schweiger eine privat verschickte, immerhin, Nachricht öffentlich macht. Aber man muss hier ja irgendwie mal so ein bisschen in die Rechnung einstellen, dass die ihn erstens sehr scharf angegangen ist, dass sie an einem, ja, einfach zu einem streitbaren Thema sich dann auch selbst in sehr offensiver Art und Weise eingebracht hat, dass sie diese These, dass er angeblich gesagt haben soll, er würde das Land dann verlassen, auch gar nicht hat beweisen können. Und dass sie nach dieser ganzen Geschichte auch selbst wiederum den Vorgang in einem Internetforum öffentlich gemacht beziehungsweise weiterverbreitet hat, was dann ja sozusagen auch dagegen sprechen würde, dass sie diese Privatheit eigentlich tatsächlich für sich reklamiert. Und wie das so ist im Persönlichkeitsrecht, das ist immer eine Abwägungssache. Und zu guter Letzt noch, dass ja auch die Information, die hier, also die Schweiger hier weiterverbreitet hat, die betrifft ja nicht irgendwie ihr Intimleben. Der hat ja nicht irgendwelche Details über, ja, über ihre Privatsphäre öffentlich gemacht, sondern nur diese politische Botschaft, die sie gesendet hat. Und deshalb unterm Strich sei das eben schon alles in Ordnung so. Genau. Und sie selber, muss man natürlich sagen, ist es natürlich misslich und man kann sich vorstellen, was die Frau ertragen musste, nachdem die Til-Schweiger-Fans auf sie losgestürzt sind. Das in der Tat sind natürlich die negativen Effekte der sozialen Netze, dass da viel ungehemmter kritisiert und womöglich auch gepöbelt wird als früher. Aber man muss eben sagen, deswegen das gerechte Urteil, dass ich selber manchmal überrascht bin, wie Leute sich äußern, mit welcher Rigorosität und beleidigenden Unterton und immer der Meinung sind, das hätte keine Konsequenzen. Das finde ich schon immer ganz erstaunlich, ehrlich gesagt. Ja, also ich glaube, das meinte ich auch eben so ein bisschen mit aus der Seele sprechen. Man erlebt das ja auch als Journalist mitunter vielleicht, dass man irgendwelche wirren Zuschriften bekommt von Menschen, die jetzt also gerade mal anderer Meinung waren als man selber bei irgendeinem Stück, dies dann aber durchaus nicht in sachlichem Ton vortragen, sondern einem eben vorwerfen, man sei Teil der Systempresse, man würde nur die Agenda von Angela Merkel oder wem auch immer irgendwie durchprügeln wollen und das Ganze noch mit vielen persönlichen Invektiven versehen. und so ein bisschen in diese Richtung ging das hier ja auch und deshalb ist es dann sozusagen schon mal ganz interessant zu sehen, dass hier auch ein gewisses Recht, das dann öffentlich zu machen oder so ein bisschen zum Konter auszuholen, von den Gerichten anerkannt wurde. Genau, und das verbinden wir jetzt mit dem Aufruf, tatsächlich uns Zuschriften auch zuzuleiten. Keine Sorge, wir werden Sie nicht mit so visanten Kommentaren öffnen. Nein, solange Sie höflich sind und tatsächlich, das muss man ja auch sagen, umgekehrt gibt es ja ganz, ganz viele Zuschriften, die wir bekommen, die irrsinnig hilfreich sind, die einen weiterbringen, die auch viel Freude machen, durchaus auch und auf solche hoffen wir eben auch. Wir freuen uns, wenn wir von Ihnen hören und verabschieden uns für dieses Mal. Ja, das war mir eine Freude, bis nächste Woche. Bis nächste Woche, tschüss. Bis nächste Woche, tschüss.